hallo zusammen herzlich willkommen auf den drohengraffer kanal mein name ist jörg und heute habe ich mal was für dich hier ist es drin ja hier drin ist eine kleine drohne die heute mal verlost wird und wer mich jetzt schon länger verfolgt ja dem hatte ich auch gesagt dass ich da mit einem hersteller so ein bisschen in kontakt stehe und dabei eine drohne für euch raus gehandelt habe ich habe mir eigentlich gewünscht dass ich eine etwas größere drohne von diesem hersteller bekomme leider ja ist es jetzt hier bei meinem kanal mit knapp 1700 abonnenten ein bisschen schwierig das ist alles auch so wissen ja an anforderungen geknüpft und wenn mein kanal ab 5000 abonnenten hat dann kann ich dann auch andere drohnen zur verfügung gestellt bekommen vom hersteller dass ich die dann auch verlosen kann ich bin aber trotzdem froh dass ich hier diese drohne für euch jetzt hier von hollystone zugeschickt bekommen habe natürlich muss man auch sagen ist das jetzt wirklich eine drohne vielleicht mal fürs wohnzimmer oder einfach mal zum testen ob man sich überhaupt mit so einer drohne irgendwie auseinandersetzen kann ob man dann spaß am fliegen hat und 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 also ich habe das gerät ja auch noch nicht geflogen und ich blende euch das gerät auch gleich noch mal mit ein es handelt sich hier um die hollystone hs 420 ist so eine kleine mini drohne und die passt ganz gut denke ich mal hier zu meinem kanal dazu in rot bei uns ist ja auch alles so ein bisschen grau und rot also wirklich vielen dank an hollystone dass ihr mich hier unterstützt für die community vielen dank vivian at hollystone sage ich jetzt einmal ich weiß nicht ob die damit das hier sich anschaut oder auch versteht aber mit der bin ich in kontakt die mich dabei auch unterstützt dass ich hier diese kleine drohne für euch verlosen kann also vielen dank nochmal wie wir empfehlen an hollystone dass ihr mir hier für die community das zur verfügung gestellt habt und ich hatte euch das ja gesagt ich bekomme ja auch immer wieder verschiedene drohnen von verschiedenen herstellen ja zugesandt und da mache ich tests und flugtests und teilweise stützen die drohnen auch ab oder sind beschädigt und 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 dann habe ich mir überlegt dafür die community hier einfach auch mal so ein kleines dankeschön zu geben und einfach mal auch was zurück zu geben dann werde ich einfach hier mal so eine kleine aktion starten dann habe ich mich eben dann mit dieser dame von hollystone ja so ein bisschen auseinander gesetzt und so ein bisschen ja hin und her getextet jetzt diese kleine drohne für euch rausgekommen die könnt ihr heute gewinnen um am gewinnspiel teilzunehmen ja ganz einfach schreibt mir hier unter dem video ein kommentar mit hashtag drohnen graffer gewinnspiel und dann suche ich mir einfach ja deinen oder euren namen raus und wenn das dann soweit ist werdet ihr auch in dem einen der nächsten videos dann mit gezogen und veröffentlicht also um das nicht zu verpassen dann lass schon mal ein abo da falls du das erste mal heute hier auf dem kanal bist und dann gibt es vielleicht auch wenn der kanal ein bisschen gewachsen ist gibt es dann vielleicht auch wieder eine andere drohne zu gewinnen das müssen wir dann auch mal sehen ob das dann funktioniert und wie das dann funktioniert und was mit dann vielleicht hollystone oder auch andere hersteller dann so zusenden ob das hier so eine kleine hs mini 420 ist oder auch eine andere drohne braucht ihr natürlich eine passende drohnenhaft lichtversicherung und die findet ihr hier auch unter dem video mit dem code drgr3 bei den helden da könnt ihr gerne mal nachschauen da findet ihr eine passende drohnenhaft lichtversicherung für eure drohne und für euren copter und ich sage ja bis zum nächsten mal vielen dank fürs zuschauen ich wünsche euch ein viel glück beim gewinnspiel auf dem drohnen grafen kanal tschüss euer jörg